so herzlich willkommen altdach gegen wolfsberg steht an mit dabei ist der ending ja hallo ich bin der fangehmer ja relativ gutes spiel platz 7 alltag gegen platz 8 wie er zieht bei der sechs punkte und wir wollen sich natürlich nach vorn katapultieren am master titel mitzureden oh 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 shit damal oh na alter ich probierts und einen schnellen greffer und bei und 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 der ist ihm nicht wegsprungen not der ball und 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 Nein! 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 Und? Ah, da steht der im Weg! Riesenglück! E-Bau! Aber es geht schon wieder weiter! Oh, schön! Und? Oh! 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 Wow! Ja, ein sehr gutes Spiel! Ja, Chancen auf beiden Seiten! Oh! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was für ein Fehler! Trinkt, wie so ein Allbergang von. Dabei müssten die eigentlich langsamer sein mit dem Sponsor. Ja, für alle, die den Jock nicht verstehen, Föhrenburger ist ein Bier. Kein gutes, aber ein Bier. Verpiss dich, Bessinger! Wow, schön! Jetzt hab ich doch gedacht, wirst du nicht rausluxen. Und ich hab mir jetzt nur gedacht, warum schießt du nicht? Wie ist das? Nauseis, zeige. Oh! Ja, sie bekommen den Bein nicht vom Tor weg. Oh! Alter! Kannst du nicht meinen scheiß Kopfball annehmen, Alter? Oh, schön! Mutz! Ja, das Brüder-Duell eigentlich. Gerhard Wutz gegen. Der von euch. Oh! Oh mein Gott, er ist alleine. Man hat zum zweiten Wiedel! Werte schwimmt. Ja, schon wie eigentlich... ...wie... ...der Wundepunkt des Werte. Mit... ...dumf-Gegentreffen... ...mit aber den Süden jetzt. Ist die Abwehr nicht so vattelfest, weil dann den Gegensatz eben... ...zwei-Gegentreffen passiert. Alter! Alter! Geschessen, Alter! Uuuuh! Uuuuh! Ja, Alter! Machop zum dritten Mal würde sich da... ...hinter Salzburg am Rand drei schieben... ...mit diesen drei Punkten, der war perfekt... ...Rest du... ...Machop heute ist ein Tag... ...im letzten Spiel nicht zum Zug gekommen... ...10 Minuten oder kurz habe ich hineingewechselt... ...hater schon ein bisschen aufgezeigt... ...aber jetzt... ...huch... ...huch... ...ansonsten finde ich eigentlich... ...Altag nutzt die Chancen ziemlich gut... ...die sie haben... ...und der WAC hängt in der Defensive ein bisschen nach... ...huch... 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 ...weiß ich auch was... ...an was es hier gehapert hat... ...man hat die... ...Einstellungen nicht... ...gespeichert gehabt... ...huch... ...oh... ...bisschen Ballglück... ...vorbei wieder... ...huch... ...alda... oder war das billig ich brauchte nach ihr seine vorbequenzen und ein stimmiger auswählen Hmm. Ja, sie bringen vorne nichts zusammen, sie bringen hinten nichts zusammen. Oh, und der zieht wieder nicht ab, Alter. Gibt's ja nicht. Nicke Malelu, im Absatz. Ja, geht aber auch jetzt. So, nutzt geht, es wird ein Dreifachwechsel jetzt kommen. Ja, nutzt bleibt, jetzt kommt ein Zweifachwechsel. Alter. So. Nein. So. Ja. Spiel genau das, was hier zustande kommt. Eigner? Irgendwo nicht ankommen. Ja. 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 Nein, wieder zu spät. Na bist du behindert, wie spielen die heute? Wer nutzt. Ah. Oh, Alter. Ja, die Partie ist irgendwie abgeflacht, muss man sagen, jetzt in der zweiten Halbzeit. Da sind ja auch schon genug durchgefallen. Also hin und her und immer kurz zum Strafraum am Ende. Da wäre jetzt eh ein bisschen ideenlos. Alter. Sehe ich genauso. Oh. Alter, ich habe vorhin schon auf Bastol gehabt und das schießt nicht, Alter. Was ist mit dir? Danke, Wiederschauen. Wow, das ist raus. Gott sei Dank. Ah, shit, jetzt habe ich nicht auf Start drückt. Ich glaube, du musst auch noch mal drücken, da kommt glaube ich keine zusammenfassen. Ach so, ja, da kommt ja keine. Genau, stimmt. Ja, Leute, die ist euch erspart geblieben oder auch nicht, je nachdem wie ihr es seht. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Runde. Und im nächsten Spiel, besser gesagt. Ja. Bis dann und rein. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.